Nochmal die Oka-Asso, Sheila Pirin. Wir waren gerade in El Greco und die Moderne. Wir sind immer noch total beeindruckt. Teil 2 haben wir heute nicht geschafft, aber wir kommen auf jeden Fall wieder, und zwar montags, wenn keine Führungen unterwegs sind. Denn die Führungen haben uns leider ein bisschen davon abgehalten, El Greco in seiner Vielfalt zu genießen. Wir sind trotzdem sehr beeindruckt. Und danke dafür.